Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon der Gärtner Kios. Hier haben wir eine geheime Höhle in der letzten Folge noch gefunden. Heißt auch eine geheime Höhle. Ist nur ein Geisterlicht. Nice. Wir haben in der letzten Folge sehr viel geschafft. Wir haben ein Elite-Sneeple gefangen. Das heißt, wir können ein krasses Sneeboster machen. Wir haben Silent Magnus im Team. Ein weibliches Silent Magnus. Und wir sind hier. Wir sind mit Frau Stunnen mittlerweile. Hi. Ich bin extra hergekommen, um mein Basislager aufzuschlagen. Aber wo steckt jetzt Shiro vom Bautrupp? Ich habe ihnen gesagt, dass wir uns am Fuß des Wasserfalls im Weißen Frostland treffen. Verlaufen tut er sich eigentlich nie. Daher bin ich ja was besorgt. Könntest du für mich suchen? Ja. Mein Wasserfall. Gibt es hier noch einen anderen Wasserfall? Ja, da hinten glaube ich. Deswegen kann ich mir irgendwie denken, dass er vielleicht... Ach, vielleicht wird er einfach mal hier drüben. Ja. Ja gut, das war es auch schon mit der Quest. Oh, jemand vom Forschungstrupp. Bist du zufällig Kenichi vom Produktions... Hast du zufällig ihn gesehen? Ja. Eigentlich wollten wir uns am Fuß des Wasserfalls treffen. Was sagst du? Er war seit einem anderen Ufer auf mich. Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich wahrscheinlich an Ordnungsstelle festgefroren. Aber es musste ich schnell zu Kenichi, damit wir mit der Einrichtung des Basislagers beginnen können. Ja, das war es schon mit einem guten Quest. Ich dachte, es kommt eine richtig geile Quest. Wir müssen richtig gut suchen. Aber nein. Dann halt nicht. Einfach nur auf der anderen Seite. Es ist so unglaublich kalt hier. Wir halten die Mitglieder des Perlclans das nur aus. Danke für deine Hilfe, Mirjiro. Jetzt können wir anfangen, das Basislager aufzuschlagen. Sehr nice. Da kann ich nämlich ein anderes Nibel ins Team nehmen. Das neue Basislager ist fertig. Komm vorbei, wenn du was brauchst. Eisgipfelllager, also Eisgipfelbasis. Oder ist er? Selbst in dieser klirrenden Kälte flitzen manche Pokémon noch munter umher. Was würde ihnen diese eisigen Temperaturen gar nichts ausmachen? Ob sie wohl eine besondere dicke Fettschicht haben? Irgendeinen Trick muss es doch geben. Hm, zu dir wollte ich. So, da ist es. Oh, Relaxo wäre natürlich auch cool im Team. Aber ne. Was habe ich sonst noch so? Boah, hier sind die Pokémon schon echt stark, muss ich sagen. Hm. Riolo wäre natürlich cool, aber ich habe halt schon so viele Kampf-Pokémon. Panferno, Silvarro und so. Deswegen überlege ich. Sibel auch. Vielleicht ein anderes Pokémon als Team zu nehmen. Was da gäbe es denn sonst noch so? Hm. Ja, mal schauen. Ein sehr hochleveltes Alpollo gibt es hier noch. Amidiffel. Amidiffel ist normal, okay. Hm. Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Oh, die Pokémon sind gar nicht alle fit. Ich kann mal schauen, wie das jetzt aussieht, wenn ich das hinstelle. Das, ähm... Das Liebe. Muss riesig sein, oder? Ja. Sieht so komisch aus. Das ist einfach nur großskaliert, das eigentlich. Hört sich auch cool an. So, ab zum Wasserfall nach oben. Mal schauen, was es hier gibt. Schneeberg. Und den Rexbissar. So, wenn ich das mal fange. Fang ich auch, ich hab das da. Na, ist wohl nicht drin hier geblieben. Schade. War ja nicht in Geisterdicht gerade eben noch. Ah, da oben. Oh Gott. Schlimm weg. War schon sehr hoch hier. Probier ich das nochmal. Okay, nice. Das sollte es hier der Stärke. Oh, ich bin beim Tempel angekommen. Der Blizzard-Tempel ist das. Dann haben wir noch ein Palim-Palim und die Verentwicklung. Oh, ein Elite-Palim. Palim. Oh, das war ganz von hinten. Schade. Oh, das war ganz von hinten. Oh, das war ganz von hinten. Aua. Ja. Ich bin gehofft, dass es verschwindet. So, bleib wieder drinnen, das wäre cool. Schade. Ist schon gefeiert, wenn es drinnen geblieben wäre. Bei dem Palim ist schon ein cooles Pokémon. Wer ist da witzig denn? 65, oh, ist schon ein bisschen hoch. Ich glaube, ich kann nur bis 60 Pokémon fangen. Deswegen lass es doch lieber mal. Ich kämpfe mal. Verentwicklung von Vashaquil. Ein Geronimatz. Das will ich haben. Mit Nahkampf. Ich hoffe, es killt sich das. Geil, ne? Okay, gut. Ich kann es ja nicht vergessen. Alle Pokémon haben Risikoteckel drauf. Der Stiebel ist tot und das Geronimatz auch. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich fange das Leben anders. Habs. Ich fange auf so einer Insel von so einem... Ich sehe, was gibt es denn hier so? Nichts, okay. Ah, das war hier so ein riesiger Aufstings. Schade. Bronzern gibt es noch ganz viele. Und muss ich sagen, der Tempel sieht schon geil aus. Vielleicht bleibt es ja drin, ne? Yo! Nice! Das ist ein Skalabras und... irgendwo davon ist ein Abra. Ups. Da ist es. Mal schauen, wer bleibt es drin, ne? Nice! Ich hab's! Oh, da fangen wir echt viele Pokémon, muss ich sagen. Das ist sehr toll. Ja, mal schauen. Ich denke, zu dem Tempel werde ich es jetzt aber noch nicht gehen. Ach komm, ich kann es sich mal anschauen, vielleicht. Was haben wir hier? Ah, noch ein Barschwar. Äh, nicht Barschwar. Okay, jetzt nochmal Barschuft. Barschwar ist, glaub ich, ein anderes Pokémon, oder? Bin mir aber nicht ganz sicher. Hier ist doch safe irgendwann in die Kognito. Hi. Wie bist du? Die einzigen, die den Blitzer-Tempel betreten dürfen, sind die Perklern und aus irgendeinem Grund Sabi vom Diamantlan. Sabi. Ich kann hier nicht klettern. Da wär's Sabi. Keine Ahnung, der Tempel sieht cool aus. Ups. Das sind überhaupt kein Problem. Da ist auch die Diamant, äh, nicht Diamant, die Perklern-Siedlung. Oh, was haben wir hier? Die Diamant-Siedlung haben wir uns noch nicht ganz angeschaut. Mal hier. Eine Falle. Wer bist du? Regen. Das fällt mir erst jetzt auf, aber schau mal den Helm von ihm an. Der sieht ein bisschen aus, also der Helm, die Mütze. Sieht ein bisschen aus wie von, ähm, Palkia, oder ist es die Jalgat? Ich hab keine Ahnung. Und die gönnt sich auf jeden Fall. Oh, nice. Ja, komm, ich würd sagen, ich zieh die Siedlung schon mal ganz kurz an. Der Perklern könnte sicherlich aus einem anderen Ort leben, wenn es nur mehr von uns gäbe. Wenn unsere Vorfahren als Erwürdiges nur noch nur an einem sicheren, wärmeren Ort getroffen hätten. Dann hätte sicherlich auch einige von uns länger gelebt. Komm mal. Hi. Arculus hält vollkommen still, denn es verschafft sich dadurch Achtung bei den wilden Pokémon und wacht über unsere Siedlung. Naja, das ist grad ein Rage. Ich weiß nicht, ob es grad über euch wacht. Ohne die Hilfe der Pokémon gäbe es in diesem eisigen Landen keine Hoffnung auf, bis zu überleben. Okay. Oh, sogar noch größer als ich dachte. Das finde ich doch toll. Naja. Ich würd sagen, dass wir hier mal... Ich werde hier nochmal vorbeischauen. Ich hab jetzt keinen Bock, irgendwie mit einem hier zu reden. Irgendwann gibt es hier schon viele Quests und dann machen wir das. Warum leben hier nicht so viel auf dem Wasser hier? Das verstehe ich nicht ganz. Du machst das ja auch für eine Statue. Okay, die hab ich aber schon. Gardevoir! Komm bitte das einfach. Oh Gott. Wie es sich einfach bemerkt hat auf einmal. Oh je. Ist doch ab zur Statue noch weg. Oder gibt es noch ein anderes Pokémon, das ich fangen möchte? Nein. Dann mal los! Naja. Das ist wirklich eine Statue. Eher so ein... Stein. Mit einem Mikrookito. Was? Naja, hier geht's nicht weiter. Okay. Ach, wie geil. Oh mein, der schafft das. Wenn ich ganz schleife so auf das zufliege. Okay. Okay. Schnell weg hier. Dabei sitzt es definitiv noch zu hoch für mich. Was ist das? Ein Angriff. Kein Pokémon. Ah, okay. Dann merke ich mir alles gerade. Boah, jo. Irgendwann werde ich es mir schon holen. Jetzt geht's erstmal zum riesigen Eisblock. Boah, das sieht schon geil aus. Du bist jetzt schon Ren. Okay. Hi, Ren. Der kalte Wind hat mir fast die Ohren vom Kopf gefroren. Und wozu? Alles nur mitten ins Nirgendwo zugelangen. Prima. Dieser Ehrenwerte Herr ist Arctilas Wächter und mein Meister. Zeitgefährlich ist etwas Respekt dir. Wolland, erlaube mir mich vorzustellen. Mein Name ist Ren. Ich diene den Perlclan als Wächter. Du gehörst zur Galaktie-Expedition. Dann musst du ja Lukas sein. Lass mich dir gleich eine Frage stellen. Weshalb möchtest du Arctilas besänftigen? Ähm. Das ist meine Mission. Aha. Dann meine nächste Frage. Was genau ist denn das Problem an seiner Arache? Äh. Lawinengefahr. Ich wollte sagen, es leidet drunter. Aber Lawinengefahr. Was würdest du tun, wenn das hier nicht deine Mission wäre? Was sagt dir dein Herz? Ich will es besänftigen. Nun hören wir Gott zu. Arctilas, unser König des Schneefels, macht weder Mensch noch Pokémon Ärger. Meister Ren, so beruhigt ihr euch doch. Ihr habt recht. Noch hat Arctilas niemandem Umstände bereitet. Doch ist es nicht auch unsere Pflicht, allen die Angst davor zu nehmen, dass ein supergewaltiges Pokémon die Kontrolle verdienen könnte? Doch, doch. Da ist schon was dran. In diesem Fall müssen wir diesen Jungen aber zuerst auf Herz und Lieren prüfen. Nun, genug der Worte. Zicke deine... Wir nennen sie gleich. Ach ja. Pokébälle. Okay, ich bin bereit. Dann kämpfen wir mal. Meine Muskeln sind so un... Ach... Was? Unach... Unnachgiebig. Wie eine Wand aus Eis. Kannst du sie durchdringen? Ja. Einfach nur ein Tor. Und ich merke auch gerade, dass eins meiner Pokémon nicht am Leben ist gerade. Ein Doppelkampf. Warum? So unfair. Das erste Pokémon ist einfach nur gefühlt dafür da, dass es stirbt. wow... Wann fahre noch alles? Schon effektiv einfach? Warum ist mir lieber nicht am belieben. Ja. Da mal los von faireben. Ja! Das verstehe ich nicht! Warum kannst du sie sich wieder angreifen? Das ist einfach so unfair. Und jetzt... Was kannst du? Geil, Philontos Tod Bringt nichts War nice, dass hier Vostetsche und Philontos gleichzeitig kämpfen Sehr beides Entwicklungen von Schnäppke Habe ich Vostetsche eigentlich noch im Team? Ich weiß es gar nicht Eigentlich unnötig Ich glaube, ich nehme Gastrodon wieder ins Team Obwohl ich habe ja sein Magnus Gut gekämpft, damit wäre dann das Eis zwischen uns gebrochen Hey ihr, so Junge, hier ist es in Ordnung Ich danke euch, Meister Es gibt Leute, die aufgrund seines Rättsklaften erscheinend zu helfen in Nuka haben Doch ich vertraue ihm absolut Wenn du Arctilas unbedingt besänftigen willst Besorge etwas Permaeis und bring es zur Hoheitsstätte Um an Permaeis zu gelangen, musst du fliegen können Oder verbrauchst du Waschakville Lange Rede kurzer Sinn Geh und suche ein Mädchen namens Sabi Das Ende ist mir etwas zu kurz In Rätseln zu sprechen ist alles andere als zeiteffizient Arctilas ist doch ein König des Perclans Da wäre es etwas seltsam, wenn ich die Sache erkläre Aber sei es drum Arctilas ist ganz versessen auf Permaeis Das sich auf den im Frostland stehenden Eisblöcken befinden lässt Und hier kommt der Diamantgarn ins Spiel Weil er nicht einmal als Nibos das Eis zu erklimmen vermag Muss man das Ziel aus der Luft mit Waschakville ansteuern So der Plan Meisterinnen ist alles allerdings mal fast gelungen Einen Eisblock hinauf zu klettern Es haben nur noch 2 Meter gefehlt In Muskelmasse steckt eben wahre Klasse Naja, Sabi schwebt jedenfalls in vielerlei Hinsicht ständig in den Wolken Du wirst sehen, was ich damit meine Du kannst dich ja mal zum Blizzard-Tempel aufmachen Dann wirst du ihr schon irgendwo begegnen W-wa? Sabi? Lol, das ist ja schon Meine hälsigerischen Fähigkeiten haben mir verraten Dass wir zusammen Fangen spielen würden Schaffst du es bis zu mir? Was macht ihr denn da oben? Jetzt verstehe ich, was du eben meintest, Diam Gut, kümmert du dich um das Mädchen So kann ich mich wieder ganz meinen Muskeln widmen Boah, ich mag ihn irgendwie nicht Also er ist schon cool, aber Auch ein bisschen nervig Okay, soll er hochkommen? Er kann nicht klettern Okay Wetten, sie will wegfliegen Pfff Oh Gott Ich dachte, da passiert irgendwas Weil sonst machen sie es ja immer so Dass man sich mal ansprechen muss Aber okay Dann spreche ich sie halt eben an Und dann kann sie wegfliegen Hallo, jetzt Ach ja, ich hätte mich wohl Zuallererst vorstellen sollen Mein Name ist Sabi Schön, dich kennst du denn, Januka Freut mich Ich hab schon von dir gehört Du bist richtig stark, nicht wahr? Du gibst bestimmt einen guten Spielgefährten ab Ich weiß schon, was sie zu mir führt Ja, ja Du brauchst Vajagvill's Hilfe, um Arctilas zu besänftigen zu können, stimmt's? Also, ich hab dir nichts dagegen Aber nur, wenn du mich fangen kannst Los geht's, Vajagvill Oh Gott Wohin ist sie jetzt? Hole Sabi ein Da hinten Gott Na gut Aber erstmal will ich ganz, ganz meine Pokémon heilen Dann gehen wir nächste Stunde so richtig los Und jagen Sabi hier mal ein bisschen durchs Eisland Also, erstmal schauen Wo haben wir denn Das eine Basislager Dort Mal schauen Ich will hier nochmal ein Team ein bisschen so wechseln Weil ich hab irgendwie keinen Bock auf Frosted Ja, keine Ahnung Hi Also Oder Ah, ist ja auch cool Was hat's denn für einen Typen? Flug nochmal Ich glaub es hat Psychoflug dann Pflanze Kampf Mach ich so Wait Zermark ist das Wassergeist Brauch ich ja doch keinen links Keinen Gengar Gengar ist ja, glaub ich Geist und Gift, oder? Keine Ahnung, wo's grad ist Ah, ist eigentlich schon cool Und das hier ist Gift und Kampf Das hier ist nochmal Flug Ich brauch noch ein anderes Feuer-Pokémon irgendwie Mal schauen Vielleicht Magma Oder wohl Nona Ja, wohl Nona Hol ich mir, glaub ich, irgendwann wie ins Team Muss ich mal schauen, wo ich das finde Und das ist Bonita Level 5, nee Kann ich vergessen Kadabra ist natürlich auch cool Mit Psycho Level 54 Ist glaub ich jetzt schon höher als Sein Magnus Ja Aber ich hab keinen Bock Alles nochmal zu machen Deswegen lass ich's lieber Aber Riolu Hm Ne, keine Ahnung Ich kann's schon entwickeln Geil Wollt ihr euch grad nachschauen? Ah, dann machen wir's auf jeden Fall Wir haben nun Jesuil Basak Will Schon bevor wir Ähm Eigentlich mit ihm fliegen können Oh naja Hab ich nichts dagegen Wie riesig es einfach ist Im Gegensatz zu Sal Magnus Aber geil Hab ich nichts dagegen Ich mag's Wenn meine Pokémon groß sind Und jetzt müsst ihr endlich Psychoflug haben Dann schaut mir ganz kurz nochmal die Typen an Die ich hab jetzt Ach Geh kurz so hin Ist einfacher Also Silbaru ist jetzt Kampf und Pflanze Kampf und Pflanze Haben wir schon mal Dann Feuer und Kampf Vielleicht find ich auch irgendwo Ein anderes Feuer Pokémon Das wär ganz cool Akani Das hat nämlich Gestein und Feuer Glaube ich Das ist hier so wie Akani Okay Hab ich irgendwie schon Fulcano Ich glaub nämlich nicht Elektro Pflanze Natürlich auch cool Hm Okay dann haben wir noch Lux dran mit Elektro Vielleicht finden wir noch Irgendein anderes Elektro Pokémon Und das ist auch ganz cool Das ist vielleicht Elektro Geist Haben wir irgendwo Wo ist denn Da Rotom Ich glaub das kann man ja Irgendwie mit Elektro Feuer Oder so immer machen Weil dann kamen die Glaub ich so Kombinieren immer mit Irgendwelchen Steinen Oder so Muss ich halt mal schauen Wie ich das mache Dann macht vielleicht Luxra irgendwie raus Gegen Rotom Dann Wascherquill Haben wir jetzt mit Psycho Flug Ziemlich geil Haben keinen Flug gehabt Jetzt haben wir Psycho Und Flug Sneebel mit Kampf Und Gift Das ist ziemlich geil Sneeboss hat glaube ich Immer noch Kampf Weiß ich nicht Was das für ein Typ hat Und sein Magnes hat Wasser und Geist Das haben wir schon Ziemlich Geile Sachen Und bin ich Zufrieden mit Ja hier Das wollte ich eigentlich Kurz zeigen Ganz kleines Sir Magnus Und das große Wascherquill Alter Schon geil Okay Dann mal Los Kann man da wirklich Nicht anders hoch Keine Ahnung So da vorne Und ganz da oben Okay Zieh mich gerne mit Und als ob hier ein Dings ist Ein Bidifass Aber gut Da bin ich nichts dagegen Können ich gerne hier Auch gleich anfangen Hier nochmal Schnurrgast War ich auch mittlerweile gefangen Jetzt nehmen wir Das riesige Wascherquill Und Geil Aber wie groß ist er Mit der Elite Wascherquill Das stelle ich mir Gerade richtig geil vor Oh Ich hab schon Bock Den zu entwickeln Ich hab einfach Geflogen bin Dann nochmal Machado Ja ich war doch immer noch drauf Bis wir irgendwann So ein Einfach so random Shiny finden Was ist eigentlich passiert Bin ganz zufrieden Mit der Shiny rate bisher Ich hab schon gesehen Dass die nicht so selten sind Leider mittlerweile So ich hab noch Eine Höhle In die schau ich noch gerne rein Winterstafhöhle Hier sowas Also hab ich es ja In jedem Land gefunden Interessant Alle Könige sind irgendwie Traufen Irgendwelche Degeneren Pokémon Warte mal Ist es Geratina Ich glaub schon Oh geil Dann gibt's Soll auch Geratina Hier Okay Dann würde ich sagen Sehen wir uns Sechs Wochen wieder Da werden wir Sabi mal ein bisschen Hier durchjagen Bis zum nächsten Mal Und Tschau Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal